Leute, herzlich willkommen zu einem Duo Queue. Lang nicht mehr gespielt oder beziehungsweise lang nicht mehr aufgenommen. Ich bin heute mit Peric unterwegs, der ist da in seiner geliebten Botlane. Diesmal als Thrash zu Wort. Der gute alte Thrash. Und ich bin der Jux der wahrscheinlich... What? Evelynn Mitte oder Top? Ja, Evelynn Top wahrscheinlich. Das kommt ein bisschen überraschend. Also ich gehe wahrscheinlich gegen Zed oder Evelynn eins von beiden. Ich habe mich eigentlich auf Zed eingestellt. Deswegen habe ich Jux genommen, aber... Let's see. Ich hätte auch Yasuo nehmen können. Ja, hättest du. Aber gegen Evelynn ist Yasuo, weißt du nicht. Ja, vor allem, ich habe immer so... Weiß ich nicht, wenn Evelynn junglet, weißt du gerade, weil du als Yasuo im Early Game ziemlich anfällig bist. Das ist immer so... Man muss noch mal aufpassen, finde ich. So, ich habe festgestellt, die Pros, die spielen auch fast alle immer noch mit Dorans. Also jetzt auch nicht in der LCS, die spielen natürlich mit einem anderen Patch, aber... Wenn ich mal Streams gucke, von irgendwelchen Pro-Gamern, die spielen eigentlich alle immer noch mit Dorans Shield. Ich habe den meistens mit Rubin-Kristall als Support. Echt? Okay. Ah ne, ich mache das jetzt immer noch mit Dorans 2. Ich finde diesen Life-Rack und so ganz geil. Ah, der Rubin-Kristall gibt ordentlich Life. Kostet auch weniger. Wie, da werden wir... Wir können einfach nichts machen hier. Ja doch, wir können theoretisch was machen. Wir haben gar kein Damage. Ich habe Flay, ich habe Flay. Soll. Oh mein Gott! Das, liebe Leute, war dieser typische Solo-Cube-Move. Man stellt sich einfach, wenn man auf der blauen Seite startet im Tribush und wenn man auf der roten Seite startet, stellt man sich hier rein. Und dann macht man immer ein First Blood. Oh Gott! Oh der hat echt 5 HP Pots. Der hätte eigentlich mit Dings starten können mit... Äh... Hä? Ist das hier Panteks hier? Äh... Ja, mal sehen. Er hat wirklich das Mastery Shield mit Renekton. Ja, warum denn nicht? Ist so ein Tank Mastery, aber nicht. Ist doch wie da. Du kannst einfach mit Renekton und Toplane, äh... 21-9 gehen. Ja, kannst du. Musst du aber nicht unbedingt, finde ich. Ja, klar, das geht. Ja gut, gegen Elise. Ich weiß sowieso nicht gegen... Äh, gegen Z. Okay. Ja, mal gucken. Also wenn wir die Tristana irgendwie ins Late Game bekommen, ist sowieso ziemlich GG. Weil die ist einfach im Late Game ein übelster Boss. Selbst die Azu gegen Evelyn ist scheiße. Sie kann genauso harassen wie ich mit ihrem Kuh. Äh... Und vor allem meine War wäre völlig nutzlos gewesen gegen sie. Okay. Oh, die ist farm! What the fuck? Ich habe jetzt öfter auch mal gesehen, ob es in der ESL Pro Series war oder sonst wo, dass Evelyn gebannt wurde, ey. Weil die dann sowas spielen wie Sivir oder so, weißt du? Damit die halt nicht im Early Game richtig auf den Sack bekommen. Catelyn und Sivir sind sowieso zur Zeit, wie das... Ja, Catelyn ist immer strong. Ich glaube, es gab keine Season, wo Catelyn schwach war. Catelyn war schon immer super stark. Hops. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass er immer eher killt, aber... Alter, ich sacke hier Balls, Alter. Oh, jetzt habe ich auch gesehen, ich habe einfach einen Minion angesprungen. Also meinen Minion. Anstatt, äh... Alter. Wenn ihr was lernen könnt... Ey, warum ist denn die noch Level 1, die Trist? Hä? Hä? Diese Harass. Hm... Was?! Your Power... Woah, mein Gott... Ja, Wavi killt auch noch Zed. Oder? Vielleicht auch nicht. Also ich suck hier richtig, ey. Ich lag es letzter Zeit eigentlich meine Lieblingshelden in letzter Zeit. Auch im Team-Rank. Einfach. Carry. Fuck it, Alter. Fuck this, Alter. Ich dachte, er kommt mit. 6 behind. Die formt auch nicht gut, aber ich hab bestimmt schon 15 Minions oder so verpasst. Wenn man Flash wasten können, ist schade. 0. Ludo ist einfach nochmal reingegangen. Outsmarted, Elise. Outsmarted. Outsmarted. Nooo, I need... Erelle bei Evelyn, also die Evelyn kann nichts mehr gegen mich machen und ich Level 6 bin. Ich gehe einfach nachher weg, aber richtig. Okay, Trist ist weg. Oh, mein Cheater nur in der Hand. Oh. L6. 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 1st. 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 Dez. 2st. 3st. 4st. 1st. 3st. Halt auf. Man wird aggressiv mit Sheen. Ich bin eigentlich... Hm. Läuft noch nicht so gut hier. Kann noch nicht wirklich gute Hooks landen. Ja. Evelyn Smith. Oh echt, der letzte Tick, Alter. Oh Gott. Ich sehe, dieser Damage ist einfach broken. Okay. Okay. Klaus. Eberhalb. Elie ist verboten, ne? Von seiner Tickung noch hier ist. Good Job. Practice. Ich weiß gar nicht, sieht der Wawik die auch im Invis, wenn die Lowlife ist? Ich glaube schon, oder? Ich weiß nicht. Würde mich mal interessieren. Run. Run. Elie ist bei unserem Red, also ihr braucht keine Angst haben. Wäre jetzt schon ein bisschen gelacht, wenn der gestealt wäre. Alter, der Renekton, der macht die voll fertig. Oh Gott. Na gut. Ich hab's nicht körperlich gemacht. Ich hab's nicht körperlich gemacht. Ich hab's nicht körperlich gemacht. Sorry. S��ene könnte den Totally- um- Is das jetzt gut sein. Ich hab Annik..... Was machst du denn das? Oh, Schleckertенер限. Oh, jetzt geht es mit dem, okay. Oder? Okay, Hotline läuft eigentlich Ganz zu game läuft eigentlich Würde ich mal behaupten Seht ihr mal in die Mitte da an der einen Position nur pinkeln, ja? Ja, du warst ja hier in dem Busch My farm is broken 58 hast du Ist natürlich nicht so doll 1180, oh god Wie haben die eigentlich an den Boots geändert? Achso, die geben jetzt permanent nur 25 Nicht schlimm Warte noch ein bisschen Gold Zett hat auch nicht so viele Karten glaube ich Äh, so gute Karten gegen äh Die machte hier aber ganz schön viel damage da in der Mitte, wa? Ja War wenigst du da da? Kann auch mal versuchen Bot äh, mit zu kommen Oh Ivan So damn closer So Elise ist hier, 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 hier Und ihr kommt? Ja Tun raus, was können wir filmen Die wollten mein Pinkwort zerstören Pinkbaits Your lost souls Nope, Caitlin, nope Relax, just let go Eigentlich brauche ich äh Die macht jetzt AD Schaden, ne Evelyn Evelyn mit dem Q macht AD Schaden, ja Äh, nicht, oder? Ja doch, ich glaub schon Irgendwas war da Ne, die macht kein AD Schaden mehr So war das Die macht äh, magic damage damit, weil äh Der Ehe macht glaub ich AD Schaden jetzt Weil das war doch so, du konntest kein Elder Lizard mehr bauen Weil du einfach äh Ja, diesen Elder Lizard Proc nicht mehr mit dem Q auslösen konntest Weißt du? Deswegen war das relativ äh Relativ useless, irgendwie Flesh is a prison Hm, close Fleshi Nobody is a prison Hat die Lulu denn gebaut Hm Eve mit Oh Wrecked I need to death this Hm Your turret has been destroyed Hm Ich bin auch eingefeeded Ja Okay, mit lane hat kein Flash Hm Ja Wie gesagt, bot lane ist eigentlich alles super Hm Man Ich hab dir als einzige reingefeeded in das Team, Alter Ja Ja Ich hab dir als einzige reingefeeded in das Team, Alter Ja Panic is strong Ah Ah The sweet tones of misery The sweet tones of misery Ah The sweet tones of misery Get Eve Get Eve Oh Die wollen mal einen Pink haben Belen hat kein Flash, ne Mit einer Laterne schmeißen Ehhh Oh Sorry War bisschen late mit der Laterne irgendwie Die hat auf jeden Fall ein Attack-Speed-Builder. Oh, Tristana, aus Rage sprung. Red Buff gehabt hier? Weiß ich nicht. Könnte mal warden gehen. Haben wir ein bisschen angewöhnen, ein bisschen mehr zu warden. Oh, der Warwick lässt hier den Red? Er selber ein. So, na gut. Der Midlane Farm, Ivan! On the run! Ich mach lieber die 60 Gold, bevor die scheißen Minions die noch wegnehmen. So, Mitte drücken jetzt. Was? Man glaub ich, der Nektar mal eine Alternative zugewerben, wenn er... Ne, ne, ne. Wenn du die hochst, rape ich die. Du, du bist auf dem Weg. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du! Alter, der macht DM, der Vard, guck dir den an. Oh my shit! Der hat Wit's End und Elder Lizards, ey. Das ist richtig krass. Also, Damage of Doom hat der auf jeden Fall. Oh, jetzt wird er aber greedy Sollte ein bisschen aufpassen, der Typ Das habe ich fast befürchtet Oh, das ist der Unterbelt WTF, Alter, ich konnte nicht mal mehr Ulti drücken, so schnell war ich tot Na ja Level 12, Tristana, what the hell Oh, die hatte relativ easy auf der Bordlane Die kam ganz gut rein Oh, lol Die Lulu wäre schon vorher gestorben Wenn die Lulu nicht rausgekommen wäre, wäre GG gewesen Komm, komm, komm Die hat Red-Bach drauf, was ich misstrau Zana, oder her Oh, nice hook Lol Bring her away Boah Boah, was ist für ein Damage, Alter Heilige Mutter Oh, der wollte ich noch Alter, der Damage war richtig krass Witz und GG war weg Ah, wer macht richtig Damage Wenn er seine Ulti macht alleine fliegst du schon auseinander, ey Das war richtig krass Ist das nicht der Blue Up? Nein Ah Das ist das Das ist das To the left, to the left 4k Gold hat die, oh Gott Wenn die zurückkommt, dann ist sie OP Die wollten rapen Who want a rape? Me Eveline, äh, things Elyse kommt in Red-Buff Alter, du hast ja richtig krasser Items, Mann Komm mal zur Tür hier, Mann Top-Leb ist sowieso down Elyse ist hier, Bro Elyse ist hier, Bro Zwei Gute Job, Bro Das ist der Elo-Train, ja Das ist der Elo-Train Ich kann gar nichts drausen Let's kill someone Hä? Oh Gott, du hast mich reingebettet, du Bob! Oh mein Gott, Eva, der Batemaster 9000 NOOOOO Gott! Batemaster 9000 Alter, wie so... Dim 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 Yo! Oh Gott Ich mag gerade Hausnabe, Max. Passend Passend, der Max! Passend! Dragon up, Baron up Alles klar, dann schick ich sie rüber dann Streamst du heute Abend oder was? Alles klar Guten Morgen Abend, bin ich im Kino, da bin ich bewusstlos Alles klar Alles klar Na gut, dann sehen wir das mal Bis später Ciao Ja Und, was sagt er? Ja genau, dasselbe Susan Wenigst Zeit aufzunehmen Achso Ja, ich will jemanden Batem Ja, ich will jemanden Batem Ja, ich glaube es jetzt geklappt Relax, just let go Der Bluer? Äh, ja, ich glaube schon Das hat eine Elise, oder? Jep, 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 jep Alter, diese Eve-Ult, die hat uns richtig hart auseinandergenommen, ey Let's bot, Ivan, go Mit der sowieso Auto-Push Hier die, Lulu können wir abfangen Oh Gott On the run Laterne für mich, hier oben bin ich Ah fuck you, Lulu, nicht jedes Mal, Alter Ja Where are you? Here Oh my god Lifesaver of Doom G fucking G, Alter Wer soll ich denn nicht? What the fuck? Oh my god Oh my god Ich muss weg Mein Job ist gechan So, eben noch ein paar Gold brauche ich noch Dein Team hat einen Turrent verletzt Relax Just let go na 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 E Okay. Das geht. Na, alles gut? Alles im Clean-Bereich. Das freut mich, das freut mich. Du steigst hier permanent auf, höre ich? Ich weiß nicht. Das ist so krass. Ich komme nach Hause und spiele mit dem schlimmsten Lack, den ich seit Monaten hatte. Steige auf, steige auf. Ja, manchmal ist das echt so trollig. Troy hatte die Scheiße und hier ist Support nicht und steig auf. Naja, manchmal hast du so Gains. Das ist einfach... Einfach nur richtig GG, ne? Gehindern, ey. Ohne ist böse Zweiter. Ja, manchmal hast du auch einfach Gains, da brauchst du selber nicht so gut spielen. Ja? Das reicht ja, wenn du normal spielst und nicht feedest, alter. Und dann ownst du die weg. Also ich hatte letztens einen Victor, der hat mich gecarried. Victor ist geil, sag ich dir. Der hat mich einfach weggecarried. Ohne Probleme. Victor ist GG, man. Blitpush! Zion Spartan ist on the run! Was ist mit deiner Diamond Promo, Ivan? Ich meine... Warst du mit der... Was? 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 Alter! Absolut GG, Alter. What the fuck? Ohohohohoho. Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Rack. Oh mein Gott, die sind echt gechased bis in die Base, ey. Fuck dis. Ja, wir nehmen grad ne Runde auf. Oh, oh, oh. Hallo! Ey, das ist ja nicht schlimm. Kannst du jetzt nochmal alles sagen. Abonniert Peric! Abonniert Peric! Oh! 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 Ah, diese Trollmechanics, ey. Trollmechanics auf Doom. Alter, mein Greenscreen, ey. Der spackt schon wieder mega ab, ey. Bits green? Ja, ich hab mir da so einen behilfsmäßigen zusammengebastelt. Der war irgendwie... Vor allem, wenn der über den Tag verteilt, so ein bisschen die... Das Licht sich ändert, Alter. Das ist halt echt richtig strange, ey. Aber wir müssen echt aufpassen, dass wir das hier nicht noch throwen, das gäbe, ne? Okay, Peric ist anscheinend schon mega der Bus. Ich bin on the run. What? What? Wie viel Schaden hat die denn gemacht, Alter? Heilige Scheiße, Alter. Wo ist mein E schon wieder, Alter? Wo ist mein E schon wieder, Alter? Wo ist mein... Fuck off. Ja. Oh, scheiß drauf. Irgendwo den Toro hier. Oh, ne. Ich bin... Lass danach Baron gehen. Bitte respawn doch gleich, oder? Echt? Lass uns mal Baron gehen. I'm on the fucking run. I'm on the fucking run. Ja, pink Drake. Drake is important now. Woah. Ich hab die Speedout D1. Sehr gut. Ich mag die's. Lord. Oh, red. Ok. Lass. Ich hab auch hier. Loll, Tosana hat nie überlebt, Loll. Ich fühle schlecht. Aha. Nicht schlecht. Geh mit Feeder. Ivan, der alte Feeder, Rino. Ja, wer gewinnen? Hau da rein, Leute. Ciao, ciao. Hau da rein!